Ach, ihr Lieben, welche Nöte, Weckuhr, nicht aufgezogen, bin wie Ras und hergeflogen. Am Morgen geht man zu Abdera in die Predigt. Die Reichen in den Jason-Tempel zu Agathyrsus. Die Armen in den Latona-Tempel. Weil der Stobulus viel spannendere Geschichten erzählt, ja sogar manchmal gegen die Reichen wettert. Das tut einem dann gut. Ich weiß, warum ihr kommt. Ihr wollt wissen, wie der grausame Rao besiegt werden kann. Nun, das ist schwer. Sehr schwer. Kinder müssen lernen. Lernen, lernen. Und wenn sie nicht lernen, dann gibt es Liebe. Ich habe heute von zwei Stunden das Pf geübt. Wozu? Das Pf-Pf kannst du doch prima. Aber das Sch-Pf-Pf musst du üben. Ich meine ja das Pf-Pf. Sch-Pf-Pf. Jetzt werde ich in einen tiefen Schlaf sinken. Aber nach einem Jahr werde ich verwandelt aufwachen und ein goldener Drache der Weisheit sein, der alle Geheimnisse und Rätsel lösen kann. Ein wenig von meiner zukünftigen Weisheit habe ich jetzt schon. So weit, so schön zu kriegen. Zappetik! 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 Liebe Predaktion oder Zene? Jetzt habe ich sie zu! Jetzt habe ich sie auf! Also träume ich nicht. Papa Gom, du hast males in dem Kopf. Herr Graf, dir schiebt. Knoppen, Knoppen, Leischen! Mehr Knoppen an deine Häuschen! In tausendfache Zuflucht des Herzens sprach die alte Reich, als sie sagte, du habest Engel zu senden.